Hallo! Oh! Entschuldigung! So einer dieser Dinge, die sollte man nicht greifen, Leute. Da sind wir alle sehr simbibel, was dieses Thema angeht, wo wir auch in unserem Let's Play nicht näher. Komm, geh mal hier hin, geh mal hier hin und werf das mal hier drauf. Ach ne, du musst das mal nicht drauf hören. Wann wer jetzt? Was ist das denn für ein Stengel? Das ist der Schwengel oder nur? Das ist mein Stengel. Der Wengel-Stengel, der nicht hielt. Ich helfe dir mit diesem Gerät, der bo... Oh, das ist schon tot. Okay. Babb. Uhoa, zack der. Zack. Schau mal, hier, das ist mein Stengel. Stengel, pass auf, der ist da. Hey, hey, hey. Weil der trifft ja nicht überall, der Wengel. Was ist das denn mit mir? Hallo, ich muss extra noch ein Kreuz aufnehmen. Komm, schau mal. Weil der Preview ist. Guck, da ist eine Wengel-Stengel. Jetzt bin ich jetzt mal hinten drin. Oh. Oh, der muss sich aber rollen. 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 Oh, der muss sich rollen. Oh, der muss sich rollen. Nee. Ich erhöhe auf eine Milliarde Drohne. Ach, Tobi, hey. Jetzt ist mir mal langsam zu heiß, mein Freund. Ach, ich weiß ja nicht. Zu weit. Eingehe ich noch. Alter. Ich erhöhe. Na, einmal noch. Alter geht noch. Oh Gott. Da krieg ich mir erst mal das Fenster. Dann kommt so der Tobi und denkt sich so. Drei, zwei, eins. Oh, der Hund, du, Alter. Tobi, mein Sponchen. Nachher ist das irgendwas mit Crit. Du kannst das gar nicht brauchen oder so, ey. Ja komm Tobi, weil heute dein Geburtstag ist. Ah, komm. Komm. Ich wollte dich eben schon. Nee, da hab ich rausgeschrieben. Oh. Tobi. Tobi. Critical, Damage und Crit. Was? Critical, Damage und Crit. Oh, Menge. Ja, das brauche ich eigentlich. Ja, egal. Ich bin Assassin. Assassin. Aber als Blade Master spielt man auch auf Damage, Crit und... Ah, das ist ja so. Das ist ja so. Ist ja leider so. Alter, jetzt krieg ich ja ein bisschen auf was. Alter, jetzt krieg ich ja ein bisschen auf was. Alter! Alter, jetzt krieg ich echt nur noch Tobi. Da ist ein Bug. Woher hat ich... Man hat zwei... Ich hab ja... Der Cram ist richtig übel. Jedes Mal, wenn ich da Critical mache, krieg ich, glaube ich, 30 Leben wieder oder so. Was ist denn das Cram? Ach, das hast du. Das ist eine Kiste. Eine Kiste, Papa. Was ist eine Kiste? Eine Kiste ist ein Gefäß, meistens aus Holz. Warum sagt der mir, mein Inventar ist voll? Ich hab hier doch genug Platz. Scheiße. Äh, warum? Tobi, ich dachte, wir wären Freunde. Was willst, was willst. Wann willst, wann willst. Wann willst du? Wann willst du? Wann willst du? Wann muss man gleich killen? Okay. Weil die jetzt so eine Schwenke anziehen. Was ist das? Alter, oder? Ich bin jetzt ganz süß. Ich werfe das jetzt. Komm, 3, 2, 1 und... Wir müssen auch nicht mehr killen. Attacken. Oh. 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 Hier müssen wir was tragen. Weil Tragen... Äh... Gut. Seine. Was ist das denn für eine Blödmann? Man muss auch ausgerechnet diesen Stein nehmen. Die anderen Steine, die da vorne sind, die sind nicht so steinig. Wie dieser hier. Nee, das kann ich mir mal vorstellen. Also das ist diese... Siehst du nicht diese Eleganz? Also diese Form. Das muss dieser Stein sein. Es gibt diese Form schöne Eleganz. Meinst du mir? Ich verstehe. Ja. Dieser Stein. Guck ihn dir an. Den habe ich gefunden. Das ist mein Hab und Gut. Das ist mein einzig wahrer... Wahrsteiner. Wahrsteiner. Stehste? Stein. Wahrsteiner. Wo muss die Scheiße denn jetzt hin? Ah, das müssen wir da hinten hinten so rein. Nee. Du kannst schon mal... Danke für diesen Stein. Nein. Dann habe ich gesagt kein Ding. Da haben wir schon 555. Aber der guckt mich schräg an. Mit Stein. Tobi, was ist denn da los? Er macht so ein Skill. Übrigens Pacific Rim Spillot zu haben. Für Sound Effects und so. Kein Ding. Hier noch? Ja. Boom. Sagt er so wieder. Hui. Was hast du denn da für einen? Was hast du denn da für einen? Oh. 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 ... Oh. 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 Oh god ey. Hier, da wird jetzt drum gerollt, bis du so die Sachen kannst du haben. Lobi? Ich bin so ein Lurch. Ja, da war ich nicht schnell genau. Das ist ein Hero Token Tal. Kann ich dir das geben? Das Ziel ist, weiß ich nicht. Jetzt, also gib dir das Wort. So ein Lurch! Ich bin so ein Lurch. Jetzt klick. Pack du Peck rein damit. Nimm es, nimm es, bevor ich es mir anders überlege. Warte, warte, ich will nicht. Warte mal, war das der? Warte mal. Ich hab zwei noch. Wieso geht das denn nicht? What the fuck? Was ist das? Der blaue war das, mein Freund. Ah, der grüne, meinst du? Bitte, der grüne, alles klar, der grüne ist es. Was ist das? Was ist das? Ah, ah. Oh, jedes Mal labert die, ey. Mach mal im Ende, ey. Die rüttelt einen ja tot. Ich hoffe, ich hab... Schnauze. Aber der ist blau, Tobi. Also ich... Ich mein... Ich bin schon sehr gut... Ja, ich wollte da was eingeben, aber ich kann ihm gar nichts eingeben. Natürlich. Ja, mach mal. Wir werden beschaffen! Hab ich dir jetzt schon erzählt, wie ich vom Aldi abgezogen wurde? Du hast den Aldi dabei. Das war eine traurigste... Nee. Haha, ich hab den Aldi abgezogen. Mach mir mal so hin. Zum Aldi hab die Sache gemacht. Okay. Hier, damit muss man doch irgendwas machen. Okay, Tobi jetzt versichert. Critical. Ja, ist ja ganz toll. Ich hab hier nen Ring mit Piercing gekriegt. Jetzt hab ich aber irgendwie immer noch die Grünen gekriegt, oder? Ich hab... Ich hab... Ja, ich find's auch komisch. Ich hab grad ein grünes Paket aufgemacht und hab nen blauen Ring bekommen. Aber mein jetziger Ring ist lila und der ist noch besser. Ich... Ja. Viel's besser. Ja, toll. Wieder wieder. Schenk mir mal was dazu. Danke, das eine. Was müssen wir eigentlich... Ich bin jetzt total abgekommen vom... Die Penis geht nicht. Ja. 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 Ja, so hört sich das an bei mir. Piff, Puff, Ratter, Zorn. Bei der Bing, bei der Bong, Bish-Bash-Bosch. Bango, 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 Bish-Bash-Basch. Was willst du... Was gehst du dir meinen Tobi an, Kollege? Ich denkst du, wenn du bist... Tobi, da kannst du nicht nachhören. Hallöchen. Warte. Tobi, da... Tobi, da... Tobi, da... Tobi, da... Tobi, da... Was ist hier denn jetzt für ein... Tobi, da... Hat dich verfolgt. Das ist ja schlimmer als äh... Den krieg ich dann. Bei den... Den krieg ich dann. Ah, okay. Ah. Tobi, ich hab immer noch so ne komische... Arena. Oh, hier ist jetzt ne gelbe Köln. Wir sind hier richtig lokal. Kompliert. Ja, siehste. Hab ich's doch gesagt. Ich weiß, wie's nicht. Ich hab hier noch ne Quelle, die da immer noch rot ist. Hast du die auch? Nö, wieso? Ex-Trial of Prud... Ich muss noch so ein Toosie-Meadow-Pink-Kiln. Irgendwie. Ich nicht. Sack du. So, das hab ich... Wie jetzt? Das war's. Wie hat's denn mal wieder was? Wie hat's denn mal wieder was? Wie hat's denn mal wieder was? Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn gewesen, ey. Das war richtig schwer. Was? Leg mich hart am Arsch. So will ich... Tobias, Tobias. Ich muss noch eine Nücke. Ja, der kann dich auch nicht fehlen. Ja, würde ich sagen. B-E-T-H. Ich bin der Toki. Und spiele mit dem Flammus. Du bist jetzt in Daigo Dungeon hab ich das Gefühl. Hier, ich muss von dich. Hallo? Hallo? In Daigo. Wo ist das denn hier? Hallo, bin ich denn nicht blöd? Hallo? Ja. Unabhängig der Frage. Hehe. H-H. 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 Wo muss man denn hin? Tobias, mein Freund? Hier unten. Hier unten. Ah, ich sehe. Hallo? Ach nee, das ist einfach nur ein... Das ist ein Schleif. Ja, das war jetzt nicht so Premium. Aber dann weiß ich nicht. Hier ist ne Instanz. Hier. Ja, müssen wir da denn rein? Aber wenn ich da, dann kommt ich irgendwie vom Pfeil weg, oder nicht? Alles, das passt schon. Das ist Galileo Mysterio. Das ist wieder eine 6. Ah! Geh schnell rein. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ja Tobi, wir gehen da jetzt mal rein. Schlepp da to talk to police mit Guru Bonn on the basis of Black Dragons. Erstmal lesen, bevor man hier was macht. Wir müssen hier ihn und ihn rein schnappen. Das ist mir vielleicht hier unten ins Wasser gefahren. Vielleicht ist der da runter gefahren, Marc. Weiß das ja nicht. Tobi, der ist da drin, mein Freund. Der ist da drin. Ja, der ist da drin. Ja, der ist da drin. Ja, was sag ich denn? Was denkst du denn? Oh, jetzt kürzt der Zucker schon ab. Ist das hier wieder eine Solo-Instanz? Ja, ne? Scheint dem so. Ja, das gefällt dir! Ist mal wieder so ein Milch-Bubi, der sich hier in irgendeinen Ranschen verlaufen hat. Ist klar. Er stehst du da? Hey, Blimmel. Hörst du ihm auf? 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 3. Ah komm, meine geilen Untertitel an. Hau sie mir mit drauf. Zeig euch mal, was das Wort Master Slave bedeutet. Richtig, das ist ne Schaltung. Der Informatik. Was hast du denn jetzt getan? Ich hab grad überlegt, du. Ich weiß nicht, was der Tobi mir schon mal unter die Nase hat. Jetzt wird hier rumgefallen. Oh, jetzt kann ich ja schießen oder das? Bum, 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 bum. Oder wie auch die Nicki Minaj wieder mal sagte. Bang, 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 bang. BAM! Ah, das sind die Patronenhülsen leer. Expecto Patrono. Ja, exception out of Patrono. So sieht sie mir aus. Das ist nicht schlecht. Die eigenen Kreationen. Die Kreationen. Kreationen hatte die Möbelbillen. Wie sieht's aus? Kann ich hier zoomen irgendwie? Ich seh die so schlecht. Fick euch allen vor, ey. Meine Lamse machen hier wirklich nur Bahnen. Hier ist... ... 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 Die einen, die einen nehmen. Er hat ihn jetzt. Satan. Da hab ich mich auch noch mal ganz, ganz toll überlegen, ob ich da nicht was falsch gemacht hab. Ja, sorry. Ja, und was haben wir denn zu können? Ja, und dann gucken wir die lasse noch mal einstehen. Ja. Ja. Wenn Sonny nicht weiter weiß, dann denkt er sich was aus. Oh, nö! Ach, da ist er. As I thought it was very easy to... Pimmel höher. Out of the... Ach, ist das toll. Ey, mit dem Talis man kann nicht... Oh, ich bin so low. Ich bin so low. Und du bist low. Du bist so low. Aber das wissen wir ja. Da bin ich. Leck. 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 Oh, ist Leck zu sehr? Was ist passiert? Oh, ich bin gestorben. Das war der Leck. Das kannst du eigentlich, ja. Das machen die zwei Schwuppen machen lassen. Schwuppen. Ja. Na ja, mach den mal dann. Fertig. Ja, gibt das auch ein bisschen... Penetration. Warum ist das ein Kerl und heißt Sister-in-Law? Das... Pergiert mich, äh... Na ja. Das weiß man nicht. Das kommt schon allein. Entschuldigung im Crest abgeben. Kann man hier auch zum Anfang teleportieren? Ja, mit so einer Schriftrolle. Wie, wo, was? Ja, wie, was? Escape Amulet? Eske... Ne, das heißt... Heißt das... Escape Amulet, ja. Schön gesehen. Ah ja. Das ist nicht schlecht. Ja, dann würde ich mal sagen... Steck das Messer weg. Du... Nein, der mehr! Steck das Messer weg! Was soll denn da? Steck das Messer weg! So. Wie will das Messer weg? 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 Ja, dann steck es dir doch weg, ja. Oh, da ess ich mal mein Special Bun, weil das gibt mir... Crit und Regeneration. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, dann setz dich hin, die Blöde. Ich sollte auch schon blöd, die ganze Zeit zu sein. Blöd. Das ist ganz schön blöd. Ja. Ja. Tiger Soup, ich kann nicht lesen, weil das aufs Rischisch ist. Auf Rischisch gar nicht mehr. Niep! Ich kann's ja halt nicht, Johnny. Versteht mich? Also... Manchmal... Weiß ich auch nicht. Ja, ich... Ja, ich... Ja... Ich bin der Johnny hin und ich bin schon fertig. Aber ich will den Tommy warten lassen. Wuuu! Die sehen alle so rückt aus. Warum ist das im realen Leben nicht so viel jetzt? Das Leben ist kein Ponyhof. Aber gerippen trotzdem. Wohin dagegen gibt es da. Ja. Was ist das? Das ist kein Allerfahrzeug. So, komm her du! Wir haben den Daily Quest hier angenommen. Ja! Ja! Willst du die auch? Ja, wollen wir mal gucken. Wo ist denn der Tum? Guck mal wo der wieder ist. Oh ne was zu sagen. Ich komm schon. Ich bin unter dich. Das ist der Schrei der Wanderheuschrecker. Das halte ich jetzt für gerecht. Oh, Questname 225484, Anführungszeichen. The task began. Ja. Ja, ja. Da würde ich sagen. Aha. Das können wir zusammen machen. Hallo, mein Freund. Warum bist du denn so stark? Meine Freunde. Ich mutiere ihr Essen. No, you're different here. Oh, da ist ja nichts. Oh, da habe ich den Dicken. Aber dann macht er den Engel Kader und dann ist halt der. Boah, ey. Den Engel Kader? Was ist für den für einer? Hallo. Ja, Itagakimasu. Oh, der Arigato. Ähm, Wetttai. 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 Wetttai hat mich richtig lange geguckt. Der Käpte. Der Käpte. Ja. Ja. Ja.